hoffentlich jedenfalls das ist eigentlich ein schwieriger jump aber ich hab's geschafft was cool da weile ich mal danke aber so schwierig scheint das jetzt hier nicht zu sein was auch gut ist denn ich habe nur ungefähr 0 uhr keine lust hätte irgendwie ein puzzle zu machen das versteht ihr doch sicherlich oder okay na gut was soll ich machen ich habe angeht nein nein ganz ruhig ganz ruhig das schaffst du tricky auch verdammt natürlich sterbe ich noch mal das ist doch klar wäre nett wenn du jetzt aus der laba kommen würdest bitte ach so diese kette hat mich verwirrt soll ich ihr glaubt auch nur da waren auch nein und jetzt muss ich doch nachdenken auch ich will nicht ich will wirklich nicht das ist total scheiße okay ich muss irgendwie an der schelle hier dran kommen so viel schon mal klar komm ich hier vielleicht mit anlauf hoch nein scheiße ach ok wie kann ich das jetzt machen komm ich da vielleicht hoch ich glaube nicht brauche ich gar nicht erst versuchen ach ich kann wahrscheinlich ach gut dass ich noch mal zurück gegangen bin weil eigentlich wollte ich jetzt nur das den raum restarten und ich sollte wahrscheinlich nicht die die coins hier einsammeln weil da ruhig wahrscheinlich ein p-switch für der da schon erschienen ist cool ich dachte ich sammelte jetzt gerade ein das wäre nicht so gut gewesen auch wie nett ein pilz den nehme ich gerne mit ich hoffe nicht dass ich die mitnehmen muss was ach so ja ok das wäre jetzt doof gewesen wäre ich jetzt nicht auf die idee gekommen das wäre doof ich dachte die wären immer noch real und jetzt ist der midway point ach mööö das ist doch doof und da habe ich gerade auch mööö gesagt wieso kann ich hier jetzt stehen egal hab ich nichts dagegen wirklich nicht ok ein sehr komischer scrolling part habe ich auch noch nie erlebt Der ist irgendwie komisch gemacht mit der Lava hier Aber ich bin offen für Neues Wie immer Ist das ein Springboard? Achso Der sah gerade so groß aus und das Hat mich verwirrt So ist das mit neuen Sachen Ich habe mir jetzt gerade Hat mir jetzt gerade total widersprochen Innerhalb von 10 Sekunden Rekord Ja, verdammten Flammen hier Immerhin ist das Scrolling hier relativ schnell Und die Flamme ist böse platziert Obwohl die es gar nicht platziert hat Die ist ja nur von diesem Ein Gegner hier gekommen Das war also nur mein Pech Oder die Glück des Gegners Oder die Glück Oder Ja, die Glück Oder das Glück des Erstellers Der mich natürlich leiden sehen möchte Obwohl der das wahrscheinlich nie sehen wird Denn er versteht kein Deutsch Jedenfalls bin ich mir sehr sicher Obwohl andere haben glaube ich noch kein Ach doch, klar Andere Let's Plays gemacht Aber jedenfalls noch kein guter Deutscher Obwohl ich bin auch nicht gut Also Da hat sich jetzt auch noch nichts dran geändert Und wie soll ich das jetzt machen Ganz ruhig Das schaffst du Einfach ganz schnell springen Wieso rede ich hier mit Mario Das ist irgendwie ein bisschen krank Aber so bin ich halt Ja, drauf bleiben Gut Natürlich springst du runter Wieso auch nicht Gut Bitte das Ende, bitte das Ende Och, danke Ja Okay, das war Episode Ich glaube 7 von Paranormal Omnibus Ich habe den Namen immer noch nicht vergessen Krass Okay, jetzt nehme ich Paper Mario auf Und dann bis gleich